Die Überwachungskamera im Zoo von Chester in Großbritannien hat den Moment festgehalten, in dem ein kleines Nashorn zur Welt kommt. Es gehört zu den asiatischen, einhornigen Nashörnern, die ursprünglich in Nepal und Indien zu Hause sind. Die Geburt war schon Anfang Mai. Die elfjährige Nashorn-Mutter brachte alles gut über die Bühne. Wenige Tage später erkundete das kleine Nashorn die nähere Umgebung. Natürlich unter den wachsamen Augen seiner Mutter. Die asiatischen, einhornigen Nashörner gehören zu den bedrohten Arten. Ihr natürlicher Lebensraum wird immer kleiner. Zudem werden die Tiere wegen ihres Hornes von Wilderern gejagt.